Hallo zusammen zu einem neuen Teil vom Projekt Studiobau. Heute geht es um Teil 5 und ja es hat sich echt viel getan in diesem Raum. Also mir geht es zumindest so, dass dieser Raum einfach immer räumlicher wird. Man sieht einfach langsam geht es dem Ende zu und ja was euch dieses Video erwartet ist eine Sache und das wird auch mein Lieblingswort in dieser Folge und zwar spachteln. Die, die mir auf Instagram folgen, die haben es bestimmt schon mitbekommen. Da war einiges los an Spachtelarbeiten. Solltet ihr mir noch gar nicht folgen auf Instagram oder überhaupt noch nie vorbeigeschaut haben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr unten in der Infobox schaut. Da ist mein Profil verlinkt und folgt mir gerne und lasst mir gerne ein Like und Kommentare da. Ich würde mich freuen und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei diesem spachteligen Video. Okay, also das letzte Video endete ja damit, dass ich die Wände einmal beplankt hatte und noch grob gespachtelt habe und jetzt beginne ich eben dieses Video damit, dass ich die Wände noch das zweite Mal beplanke. Hier nur jetzt mal ein Ausschnitt und nachdem kam natürlich das Spachteln und ich hatte da ganz praktische Fugenbänder, die selbstklebend waren. Es gibt ja oft diese Fugenbänder, die man mit einspachteln muss. Das bleibt hier erspart. Aufkleben und drüber spachteln und das ist super als Anfänger. Ja, muss ich wirklich sagen. Ich habe dann das gleiche natürlich auch an der Decke gemacht. Man nennt das Ganze auch Q1 Spachteln. Das habe ich hier einmal gemacht. Als nächsten Schritt habe ich Q2 gespachtelt. Ich weiß gar nicht, wann ich die Löcher zugemacht habe. Die gehören glaube ich zu Q1. Ich habe die einfach zwischendurch mal mit zugespachtelt und bei Q2 habe ich einfach alles nochmal gröber und großflächiger verspachtelt. Und das natürlich auch wieder an allen Wänden und auch an der Decke. Ja, für mich war ja noch ein ganz, ganz großes Thema das Fenster. Mir ist nämlich aufgefallen, dass die Decke so ein bisschen runterhing, weil das so ein Riesenfenster ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Decke noch mit Direktabhängern abzuhängen. Wir hatten natürlich Schallentkoppelte und das passierte in dem Schritt. War eine knifflige Sache. Ich war so glücklich, dass es geklappt hat und dass mir mein Mann dabei geholfen hat. Hier sieht man noch einmal schön die Direktabhänger. Wir haben sie direkt an den Balken der Decke festgemacht. Das war ein Experiment, ist vielleicht auch nicht ganz so, wie es der Profi machen würde, aber es hat funktioniert und es hält super. Genau. Und wir haben dann auch den Fensterrahmen direkt reingehoben. Ich habe um den Fensterrahmen Compriband gelegt und das ist ganz einfach. Dann dichtet das von selber ab. Und das war's. Im letzten Schritt spachtel ich dann Q3. Das bedeutet nichts anderes, als die komplette Fläche mit Spachtel voll zu hauen. Hat eigentlich nur den Hintergrund, dass man die vorher gespachtelten Stellen nicht mehr sieht. Weil wenn man jetzt einfach drüber weisseln würde, dann würde man die Stellen sehen und wenn man die komplette Fläche spachtelt, dann passiert das eben nicht. Es gibt dann auch noch das Q4 Spachteln. Das werde ich tatsächlich auslassen. So penibel bin ich da jetzt nicht, dass ich da noch Q4 spachtel. Ich werde dann einfach drüber weisseln und das ist dann auch okay für mich. Mir gefällt es auch so. Ich werde auch höchstwahrscheinlich nicht schleifen, außer irgendwelche Stellen wären extrem uneben, dass ich sage, das stört mich. Aber ich denke mal nicht. Das gleiche habe ich natürlich auch an der Decke gemacht, damit der ganze Raum einfach verspachtelt ist. Und im letzten Schritt hatte ich noch eine Ecke. Da habe ich noch so einen Kantenschutz oder Eckenschutz dran gemacht. Den habe ich mit eingespachtelt. Und ja, das war's für dieses Video. Und jetzt seht ihr noch das Endergebnis in einem Foto. Das war's für dieses Video. Das war's für dieses Video. Und jetzt ist es nicht so.